Warum verliert der FC Bayern so langsam die Geduld bei einem möglichen Transfer von Joao Palinja? Welcher DFB-Star kann sich ein Wechsel nach München endgültig abschminken? Und was hat Dortmunds Karim Adeyemi mit Juventus Turin zu tun? Ihr kennt das Ganze, freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Alle Infos, die braucht ihr mal hier, kurz und kompakt, weil euch das Ganze natürlich gefällt. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Schreibt mir selbstverständlich auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten direkt rein mit einer Meldung, die mittlerweile schon offiziell ist. Und zwar geht es um Leipzigs Cheftrainer Marco Rose. Rund um ihn gab es in den letzten Monaten auch ganz viele spannende Berichte. Nach einer alles in allem doch ordentlichen Saison, in der man sich auch Platz 4 in der Bundesliga sichern konnte, war man eigentlich relativ zufrieden mit Marco Rose. Aber auch das ist kein Geheimnis, er hatte nur noch einen Vertrag bis 2025. Demnach mussten sich alle Beteiligten entscheiden, wie es in Zukunft weitergehen soll. Und genau das ist passiert. In Leipzig vertraut man auf Marco Rose. Er hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Man möchte berichten zufolge auf Leipziger Seite, kommende Saison endlich auch um die Meisterschaft spielen. Und man hat das Gefühl und das Vertrauen, dass Marco Rose genau der Richtige für diesen Job ist. Ja, und dann kommen wir natürlich direkt zum FC Bayern, besser gesagt zu einem Namen, um den es ja eigentlich in den letzten Tagen eher ein bisschen ruhiger geworden ist. Die Rede ist natürlich von Fulhams Joao Palinja, der ja eigentlich schon letztes Jahr nach München hätte wechseln sollen. Da haben wir ja jetzt schon ausgiebig drüber gesprochen, die Bayern möchten diesen Transfer so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Max Eberl hätte das Ganze am liebsten noch vor der Europameisterschaft fertig gemacht, aber das ganz große Problem, das ist auch nichts Neues für euch, ist natürlich der Preis. Die Bayern haben bereits zwei Angebote abgegeben, die waren Fulham aber beide zu wenig. Es wurde ja immer wieder berichtet, dass der Premier League Klub rund 70 Millionen Euro für Palinja haben möchte. Und die Bayern dagegen sind auf keinen Fall bereit dazu, mehr als 50 Millionen Euro für diesen Transfer auszugeben. Ja, und genau aus diesem Grund sollen die Bayern jetzt so langsam die Geduld mit Fulham verlieren. Wie es heißt, möchten die Bayern ja Angebot noch ein letztes Mal nachbessern. Wenn Fulham das aber auch ablehnt, dann ist es auch durchaus denkbar, dass dieser Transfer nicht zustande kommt. Das Angebot soll eine feste Summe von ca. 45 Millionen Euro beinhalten und die Bayern sind auch noch bereit, verschiedene Bonuszahlungen zu vereinbaren. Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber nicht klar, ob Fulham natürlich bereit ist, dieses Angebot anzunehmen. Da es auf Spielerseite schon alles geklärt ist, das ist auch nichts Neues für euch. Joao Palinja möchte unbedingt nach München. Auch wenn andere Klubs an ihm Interesse haben, er hat nur Augen für die Bayern. Da kann man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt auch nur abwarten, aber ein Transfer von Joao Palinja ist bei weitem noch nicht sicher. Auch wenn vor kurzer Zeit mal berichtet wurde, dass der Transfer schon auf der Zielgeraden ist, ist es auch durchaus denkbar, dass es keinen Wechsel nach München geben wird. Was meint ihr, sollten die Bayern noch tiefer in die Tasche greifen, um Joao Palinja unbedingt zu verpflichten? Oder sollte man sich, sofern Fulham das letzte Angebot nicht annimmt, anderweitig umschauen? Ja, und wir bleiben natürlich auch noch ganz kurz beim FC Bayern. Da wurden ja in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sehr, sehr viele interessante Namen ins Gespräch gebracht. Die Münchner befinden sich natürlich im größten Umbruch seit Jahren und mit Vincent Kompany wurde vor kurzem auch das letzte fehlende Puzzleteil verpflichtet. In der Defensive laufen die Planungen auf jeden Fall schon auf Hochtouren, da gab es ja schon den ersten Transfer von Hiroki Ito. Mit einem Jonathan Tarr, mit einem Joao Palinja, da ist man auf jeden Fall in fortgeschrittenen Gesprächen. Und drum müssen wir natürlich auch ganz kurz über die Offensive der Münchner sprechen. Da wurde ja jetzt auch in den letzten Stunden ein Federico Käser ins Gespräch gebracht, aber um den soll es tatsächlich nicht gehen. Ein Name, der nämlich schon länger in München die Runde macht, ist ja natürlich der von Chris Führig. Auch er hatte natürlich eine Wahnsinnssaison mit dem VfB Stuttgart, seine Tore und seine Vorlagen haben natürlich auch dazu beigetragen, dass man sich für die Champions League qualifizieren konnte. Und genau das, das ist ja auch schon kein Geheimnis mehr, haben auch die Münchner bemerkt. Man hat längere Zeit darüber nachgedacht, ob es ein Transfer geben wird. Auch Führig selbst soll sehr daran interessiert gewesen sein, sich den Münchnern anzuschließen. Aber so wird es neuen Berichten zufolge auf jeden Fall nicht kommen, weil wie es heißt, haben sich die Münchner jetzt dazu entschieden, Chris Führig diesen Sommer auf gar keinen Fall zu verpflichten. Die Bayern möchten sich mit anderen Kandidaten auseinandersetzen und es gab auch zu keiner Zeit eine mündliche Einigung. Ein Problem könnte natürlich auch die Ausstiegsklausel von Führig sein. Die ist ja seit der Europameisterschaftsnominierung auch nochmal gestiegen. Führig soll auch einen Markt in Italien haben, wo sich zwei Teams in der Champions League für ihn interessieren. Eins ist auf jeden Fall ganz klar, die Entscheidung muss bald fallen. Führigs Ausstiegsklausel gilt nur noch bis Ende Juni. Demnach auch hier mal abwarten, wie es für ihn weitergeht. Aber Chris Führig werden wir auf jeden Fall nächste Saison nicht im Trikot des FC Bayern sehen. Ja und dann genug von den Bayern, dann müssen wir selbstverständlich auch noch ganz kurz über Borussia Dortmund sprechen. Da ist natürlich in den letzten Tagen und Wochen sehr viel passiert. Die Dortmunder genauso wie die Münchner brauchen natürlich in diesem Sommer auch einen großen Umbruch. Man möchte viele namenhafte Spieler verpflichten, unter anderem natürlich auch ein Ian Matzen. Auch bei Jadon Sancho scheint die Tür noch nicht komplett geschlossen zu sein. Und das bedeutet selbstverständlich auch, dass man einfach den ein oder anderen Verkauf tätigen muss, um genug Geld in die Kassen zu spülen. Ein Name, der da immer wieder ins Gespräch gebracht wurde, ist Karim Adeyemi. Da halten sich die Berichte sehr hartnäckig, dass die Dortmunder bereit sind, ihn im Sommer gehen zu lassen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Bundesliga konnte Adeyemi natürlich besonders in der Champions League glänzen. Mit starken Leistungen auf der großen Bühne hat er natürlich auch auf sich aufmerksam gemacht. Ja und genau hier wird es spannend, weil berichten zufolge interessiert sich Juventus Turin sehr für einen Wechsel von Adeyemi nach Italien. Auch die Turiner suchen auf der Position ja Verstärkung. Immer mal wieder wurde auch der Name von Jadon Sancho genannt. Der soll ebenfalls ein Kandidat sein. Problem hierbei ist nur, dass man erstmal eine Lösung mit Manchester United finden muss. Aus finanzieller Sicht wäre ein Transfer von Adeyemi natürlich deutlich erschwinglicher. Wie es heißt, sollen die Dortmunder nämlich ab einer Summe von ca. 30 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Nachdem sich der BVB auch für Juve-Star Matthias Solé interessiert, ist es durchaus denkbar, dass man diesen Namen vielleicht mit ins Gespräch bringt. Eventuell kommt man so zu einer Lösung, die beide Parteien zufrieden stellt. Da ist man aber zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr weit von entfernt. Juventus Turin interessiert sich auf jeden Fall sehr für Karim Adeyemi. Ob es aber dann wirklich einen Transfer gibt, das ist natürlich noch nicht klar. Ansonsten war es aber auch direkt schon wieder von mir. Vielen lieben Dank natürlich, dass ihr am Start wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.